Lieber Herr Professor Panne, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, herzlichen Glückwunsch zum 150-Jährigen Bestehen der BAM. Als eine der ältesten Ressortforschungseinrichtungen in Deutschland befindet sich die BAM mit ihren Arbeiten zur Sicherheit in Chemie und Technik immer am Puls der Zeit. Heute präsentieren sie sich jung und dynamisch. Sie sind wegweisend mit ihren Themen in der Forschung, im Technologietransfer, bei Dienstleistungen für die Wirtschaft und natürlich auch bei ihren gesetzlichen Aufgaben. Vor allem ist die BAM aber ein verlässlicher Partner für uns, für das Bundeswirtschaftsministerium. Dafür mein Dank und meine große Anerkennung und Ihnen allen viel Erfolg für die Zukunft.